Fucking Freak! Liebe Videofreunde, Petri Heil und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem weiteren Video hier beim Angler auf dem Kanal. Heute mit einem ganz besonderen Video. Ja, ich weiß, der Angler sagt das so oft. Mit einem besonderen Video. Besonderen Video. Und dann meistens ist es doch nur... Aber heute ist es wirklich ein besonderes Video. Und zwar bei den Fucking Freaks hat sich einiges geändert. Zwei Freaks sind jetzt weniger. Einmal der Markus, 100% Dumbo, das wisst ihr ja alle. Der hat die Fucking Freaks verlassen aus privaten Gründen. Aber wir wissen auf jeden Fall, er kommt wie der Redour. Und ich freue mich jetzt schon. Und ein weiteres Fucking Freaks Mitglied hat die Gruppe verlassen. Die Fucking Freaks verlassen. Und zwar der David. Vom Kanal Dave's Movie Place. Sehr, sehr, sehr schade. Ich werde ihm auf jeden Fall hinterher trauern. Ich finde es wirklich sehr, sehr schade. War auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und ja, wie hat er gesagt? Er kann sich nicht mehr mit den Fucking Freaks identifizieren. So ungefähr hat er das gesagt. Und er kommt auch mit dem ganzen Narzissmus nicht mehr klar. Was er auch immer damit meint. Filmangler. Filmangler. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, zwei wenige. Und eine haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Und zwar, wir haben ein neues Fucking Freaks- Ein neuer Freaks-Mitglied. Ein neuer Spieler in der Stadt. Ich freue mich auf jeden Fall. Von der Optik her ist es jetzt nicht unbedingt eine Steigerung zu den anderen Zweien. Aber ich würde einfach sagen, entscheidet einfach selbst. Und ja, ich sag mal, Vorhang auf für unser neues. Fucking Freaks-Mitglied. An dieser Stelle horri do. Ist da wer? Ich kann sie doch hören. Wer ist da? Wer ist da drin? Hallo meine lieben Filmfans und Fucking Freaks und herzlich willkommen. Auf seinem Kanal. Auf meinem Kanal. Jungs, sag mal, was redet ihr da überhaupt? Das ist mein Video. Okay. Let's go. Ja, euch ist bestimmt genauso wie mir aufgefallen, dass es keine weibliche YouTuberin bei dem fucking Freaks gibt. Und ich meine, zwischen all dem testosterongesteuerten Kanälen, finde ich, gehört Frauenpower. Warum willst du das machen? Weil ich es gut kann. Undefinierbar. Unbereichenbar. Zerstörerisch. Gefürchtet von den meisten. Und eben bei einer Legende. Sie haben bis heute noch nie von mir gehört. Seid ihr euch wirklich ganz sicher, dass ihr noch nie von mir gehört habt? Also, ich denke, das beginnt mit folgenden Symptomen. Es beginnt mit Ausschlag und dann schält sich das Fleisch von meinen Knochen. Und vielleicht denken sich jetzt einige, wenn du jetzt auch nur einen Fuß wieder in diesen Sumpf setzt, könntest du etwas aufwecken, das dich packt und wieder hineinzieht. Wie vorhin schon erwähnt, weil ich es gut kann, außerdem habe ich Bock drauf und in diesem Sinne übernimmt Katniss Evelyn meine letzten Worte. Ich melde mich freiwillig! Ich melde mich freiwillig als Tribut! Ist das genetisch? Ist die ganze Familie so? So ist es. Live or die. Mein Name ist Optimus Prime. Ist das genetisch? ARD Text im Auftrag von Funk